Willkommen zum neuen Projekt und zwar ist es Max Payne. Erstes Projekt für einen neuen Kanal und erst mal, dass ich hier das Stativ ausprobiere. Wie üblich mache ich es auch hier so, oder wie bei meinem Kanal üblich mache ich es auch hier so, dass bei den Spielen, die ich auf CD und DVD habe, zeige ich die noch in einem extra Video. Und das ist in dem Fall halt auch bei Max Payne der Fall. Da haben wir noch einmal die Rückseite. Hier oben noch einmal die richtige Hardware vorausgesetzt, zeigt Remedy mit Max Payne, wie ein modernes Actionspiel mit Hollywood-Einfluss auszusehen hat. Ja, hatte für die damalige Zeit relativ hohe Hardware-Anforderungen. Könnt ihr euch hier gerade nochmal anschauen. Und ja, dann packen wir das gute Stück mal aus. Haben wir einmal die DVD, beziehungsweise CD ist es ja noch. Damals hat es noch auf CD gepasst und ein ziemlich ausführliches Handbuch, was mich sehr freut, mit insgesamt 35 Seiten unten. Und da haben wir halt noch ein bisschen was über den Prolog drin und so weiter und so fort. Hier, welche Waffen man im Spiel hat. Zumindest ein paar so die Standarddinger, die man am Anfang finden kann. Die Bullet Time erklärt. Also ja, sehr schön, sehr ausführlich das Ganze. Freut mich. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Projekt. bis jetzt. Bis both variety.